Du bist bestimmt schon ziemlich gut vorbereitet aufs Deutschabitur. Wenn nicht, findest du ja auf diesem Kanal noch ein paar Videos, die dir vielleicht in den nächsten Stunden bis zum Deutschabi noch weiter helfen können. Wenn du noch Fragen hast, die du auf dem Herzen hast, dann schreib sie doch gerne in die Kommentare. Ich sammle bis heute Abend, 28.04.22 Uhr, noch Fragen von euch auf TikTok und hier auf YouTube zum Deutschabitur 2021. Ich schaue dann, was ich noch beantworten kann und würde noch letzte Antwortvideos mit euren Fragen produzieren, sodass du vielleicht noch ein bisschen sicherer in die Prüfung gehen kannst. Wie gesagt, Fragen unten in die Kommentare. Gerne den Kanal auch an Freunde weiterempfehlen, die vielleicht noch Fragen haben und ich schaue, was ich noch auf die letzten Meter produzieren kann. Damit du die Antworten nicht verpasst, denk ans Abonnieren und an die Glocke und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei den Prüfungen.